Jasmin Tawils kleiner Schatz ist ganz schön groß geworden. Lange nichts mehr gehört und gesehen von ex-GZSZ-Star Jasmin Tawil, 38. Doch zum zweiten Geburtstag ihres kleinen Sohnes gibt es neue Bilder aus ihrem offenbar sehr schönem Leben in Costa Rica. Mit zahlreichen niedlichen Aufnahmen von Jasmin und ihrem Kind macht die 38-Jährige einmal mehr deutlich, Ocean Malik ist Mamas ganz großer Stolz. Die süßen Bilder zeigen wir im Video. Jasmin Tawil hat harte Zeiten durchgemacht. Jasmin und ihr Kind fühlen sich in Costa Rica offensichtlich pudelwohl. Das war für die Schauspielerin nicht immer so. Nach der Trennung von Sänger Adel Tawil ist sie regelrecht abgestürzt. Jasmin ging in die USA, verschwand dann ganz von der Bildfläche. Es gab Schlagzeilen um Alkoholismus und Obdachlosigkeit. 2019 hat sie dann alle mit ihrem Sohn überrascht. Auch ihr eigener Vater wusste nichts davon. Anfangs wusste Jasmin angeblich gar nicht genau, wer der Vater des kleinen Malik Oceans ist. Mittlerweile ist sie aber mit ihm verlobt und plant eine Hochzeit. Im deutschen Fernsehen gab Jasmin Tawil zwölf Jahre nach ihrem Ausstieg bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten auch wieder eine Stippvisite. 2020 war sie Kandidatin bei Promi Big Brother. Ihre Bilder aus Costa Rica sehen danach aus, als sei Jasmin endlich wieder irgendwo angekommen. KPL Instagram Die 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 Ramm.